Hallo zusammen, dass hier der feine Hauptgang kommt, von euch das Silvester-Menü. Dass hier einen schönen griften Emmentaler Rinds-Andrecote, haben wir kurz anbraten und mega, mega richtig, dass euch gekocht mit Gitter oder den Mofen nicht vergessen, dass etwas unten dran ist, das ist natürlich mega, mega richtig. Ich würde euch empfehlen, 170 Grad für etwa 8 Minuten und dann rein, so rein in den Mofen. Ich muss es noch in den Mofen tun. So dass es im Mofen ist, ich habe es euch hier vorhin gesagt, ich habe es euch im Wasser gebetet, aus der Hüge haben wir Kartoffeln, Suram, Stammkartoffeln, mit etwas Limette dazu. Und dann, eins aus dem Panner Wagyu-Ragun. Das haben wir mit der Soussalade drin, haben wir 24 Stunden Midi gegaren und so. Und so, das kann man gleich mit dem Kartoffeln zusammen feiern mit der Silvester. Wow! Und dann haben wir schon noch geschmorten Rohkrutz und dann das Gemüse. Das sage ich alles da hier, mega, mega richtig, nicht gerade kochen, kochen, kochen. Das sage ich einfach nur so rein tun. Bis das Fleisch im Ofen ist, das sage ich so, dass hier richtig aufgekochtet Wasser und dann alles rein tun. Mega, mega richtig, das war im Gitter gewesen und ein bisschen Rest für 4 Minuten. Also, das haben wir die heißen Tallen, das Gemüse, das haben wir ein bisschen Mähreit, das haben wir ein bisschen Faderkohl, Räubli und brunen Champignons, den Rockkruth. Ich gebe noch eine kleine Kaffeetasse, damit es nicht so ein grosses Material braucht. Das ist ein bisschen einfacher, so muaschen natürlich. So, das alles, das haben wir alles abgeschmackt von euch, aber wenn es euch noch mehr Salz hat, einfach da pillfrei. So, das machen wir. Das ist Kartoffeln. Das dampft da hin. So, da recken. Das äh. So. So, der Spritz, ist eine Kreativität für diese Zeit. Daher machen wir eine Sä. Daher haben wir uns ein Ragu. Noch eine Mischung. Eine Kaffeetastchen. Ausleeren. Ein bisschen ausleeren. Nicht gerade bei der Pfanne. Uh, das schmeckt doch fein. So kann ich in ein Schiff machen. Oder wenn es so ist, kann ich direkt rein. Machen. Eine schöne Nocken. Oder Kanäle. Aus dem Wackgesprach. Hier so. So. So sieht mega richtig. Das ist die gleiche Größe vom Löffel. Hat. Drei Ecke. So machen wir. Dann das Gemüse. So. So. Wie schön die Farbe ist. So. So. Und jetzt. So. Ich sehe das. So gespannt mit dem. mit dem Fleisch, als wirklich verhalte ich gesagt. Mega, mega richtig. Links, wie ich sehe, schön rossen. Also auch so machen, mit der Hähne. Eine ganze Linie. Und ich weiß, was ich vorher schon gesagt habe, ganz ein wenig Salz drin. So drauf, Flodenseel. Man sieht noch ganz, ganz wenig aus und plant es sich so. Voila. Und natürlich dazu ein schönes Glas Rotwein mit einem bundeschönen Emmentaler Rinds, Andrecourt und ein Wagyu von Familie Fuchs in Bolliger. So. So. Mmm. 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 Gute zusammen. Fried me. Peace. 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 Untertitelung des ZDF, 2020